Nanu, wofür braucht man das? Die menschliche Kreativität ist schier unerschöpflich. Immer tiefer dringen die Wissenschaftler unserer Tage in unerforschte Dimensionen ein, um auch die letzten Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln. Wir befinden uns bereits in einem neuen Zeitalter, in dem nahezu nichts mehr unmöglich ist. Die begonnene Nanorevolution wird unsere heutigen Technologien bald so veraltet wirken lassen, wie einen Faustkeil neben einem Supercomputer. Spezielle Untersuchungen der Nanostrukturwissenschaften beschäftigten sich schon seit einiger Zeit mit dem Verhalten unterschiedlicher Nanoteilchen, um den Übergang von atomaren Eigenschaften zu typischen Festkörpereigenschaften zu erforschen. Winzige Teilchen im Bereich eines Milliardstelmeters verändern die Eigenschaften von Oberflächen so, dass sie völlig neue Merkmale aufweisen. Die Forschung beschäftigt sich also mit quantenphysikalischen Effekten im Nanobereich, bei denen die Funktion eines Objektes durch seine Größe oder eher durch seine Winzigkeit als durch sein Volumen bestimmt wird. Was bis jetzt wie ein Zukunftsmärchenklang, ist bereits Realität. Eine Reihe von Produkten, die ihre verblüffende Wirkung durch Verwendung von Nanopartikeln entfalten, sind bereits auf dem Markt. Die Industrie hat eine Palette von Produkten entwickelt, die es uns ermöglicht, die gesamte innere und äußere Pflege und damit im Prinzip ein Erscheinungsbild selbst wesentlich effektiver und umweltschonender zu gestalten. Mithilfe dieser Produkte wird eine Oberflächenversiegelung möglich, welche extrem widerstandsfähig, schmutzabweisend und dadurch auch selbstreinigend ist. Crystal Clear, das Profi Nano Versiegelungsset. Der komplette Schutz für Ihr Fahrzeug. Die Profi Nano Glasversiegelung. Sehen und gesehen werden. Selbst unter extrem schlechten und komplizierten Sichtverhältnissen ist eine saubere Frontscheibe der Garant für Fahrkomfort und Sicherheit. Schützen Sie sich vor unerwünschten Überraschungen und schaffen Sie sich aktive Sicherheit durch verbesserte Sicht mit der Profi Nano Glasversiegelung. Die zu versiegelnden Fahrzeugscheiben müssen von allen groben und sichtbaren Verschmutzungen wie Insekten und Straßenschmutz sehr sorgfältig befreit werden. Danach wird die Pre-Protect Reinigungsmilch mit einem einfachen Papiertuch aufgetragen und dabei kräftig verrieben. Nach einer vollständigen Trocknungszeit werden die Reste des Reinigers letztendlich mit einem sauberen Tuch entfernt und auspoliert. Für eine schnelle und unkomplizierte Handhabung kann jetzt die Versiegelungsflüssigkeit mit der Libelle gleichmäßig auf die Fahrzeugscheiben aufgebracht werden. Alternativ werden die beiden Komponentenlösungen K1 und K2 im K1-Behälter zusammengemischt und anschließend kann diese Nano-Versiegelungsflüssigkeit mit einem sauberen weichen Tuch aufgetragen werden. In dem nun folgenden zweiminütigen intelligenten Reaktionsprozess wird eine neue Oberflächenstruktur hergestellt. Dabei schließen sich mikroskopisch feine Unebenheiten. Die Versiegelung geht eine stabile chemische Verbindung mit der Oberfläche ein und ist dadurch extrem widerstandsfähig. Von nun an perlt das Wasser sofort von ihrer Windschutzscheibe ab und nimmt gleichzeitig vorhandene Schmutzpartikel mit. Die Haltbarkeit dieser wirkungsvollen Versiegelung beträgt bei guter Vorbehandlung mindestens ein Jahr oder 25.000 Kilometer. Sie haben eine deutlich bessere Sicht bei Regen und benötigen weit seltener ihren Scheibenwischer. Die Nachtsicht verbessert sich stark und sie werden weniger geblendet. Ihre Autoscheibe ist unempfindlicher gegenüber mechanischen und chemischen Einflüssen. Durch die profinahene Oberflächenversiegelung fällt es ihnen viel leichter Insekten, Reif und Eis von den Fahrzeugscheiben zu entfernen. Dieses Produkt besitzt das TÜV-Siegel für zertifizierten Wirksamkeitsnachweis. Die profi-nano Lackversiegelung. Zu jeder Jahreszeit ist Ihr Fahrzeug aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt. UV-Strahlung lässt die Farben des Lackes verblassen und brüchig werden. Mechanische Belastungen hinterlassen deutlich sichtbare Spuren. Wasser kann jetzt in die Lackschichten eindringen. Es entsteht Korrosion. Korrosion schadet der Stabilität des Fahrzeuges und setzt vorzeitig den Gebrauchswert herab. Geben Sie Ihrer Karosserie durch die profi-nano Lackversiegelung einen wirksamen Langzeitschutz. Für eine langanhaltende und effektive Versiegelung muss die gesamte Fahrzeugoberfläche auch von Teerspritzern und Insektenrückständen restlos gereinigt werden. Anschließend wird mit einem weichen Tuch der Lackvorreiniger gleichmäßig auf das gesamte Fahrzeug aufgetragen. Nach dieser Prozedur kann mit dem Tuch und frischem Wasser der aufgetragene Reiniger verrieben und abgespült werden. Es werden dabei vorhandene Lackunebenheiten sowie feine Kratzer mit entfernt. Auf diese porentief gereinigte Oberfläche wird die Lackversiegelung mit einem weiteren weichen Tuch abschnittweise aufgetragen und zeitnah maschinell verrieben. Die Nanoteilchen können somit tief in die Lackstruktur eindringen und die neue, extrem dichte Oberflächenstruktur bilden. Nach einer Reaktionszeit von etwa 10 Minuten kann die komplette Versiegelung mit Hilfe einer Maschine auspoliert werden. Mit dem beigefügten Mikrofasertuch werden letzte eventuell vorhandene Beschichtungsreste und Schlieren entfernt. Jetzt überzieht die Versiegelung den gesamten Lack mit einem unsichtbaren, aber widerstandsfähigen Schutzfilm. Ihre Karosserie ist wirkungsvoll vor aggressiven Umwelteinflüssen geschützt. Verschmutzungen entfernt bereits der nächste Regen und zusätzliches Einwachsen ist nicht mehr nötig. Der Lack erstrahlt in tiefem Glanz, ist hochkratzfest und durch einen UV-Filter vor dem Ausbleichen und Versprüden geschützt. Die profi-nahene Oberflächenversiegelung mit dem Easy-to-Clean-Effekt ist für alle Lacke geeignet. Dieses Produkt besitzt das TÜV-Siegel für geprüfte Qualität.